Hier seht ihr das Mahnmal gegen das Vergessen, eine 350 Meter lange Leine mit den ganzen Namen der Opfer, die in Deutschland waren seit März, folgendes Jahr, soweit ich um mich kennen, aber nachher werden wir das mal ganz genau erfahren. Hallo Thomas, bist du wieder raus aus der Klinik? Jetzt kommt es an den Akkastor, die in Deutschland war eine Maistin für Möchner, die in der Umgebung Untertitelung des ZDF, 2020